Bitten in der Nacht Gibt's doch gar nicht. Gibt's keine Tiere mehr Gleich fang ich an Leben zu schaufeln hier Oh Oh. Warte, warte, warte. Geh jetzt auch hier nicht. Doch, jetzt sag mir auch was. Der sagt mir jetzt hier, aber wo? Ich krieg mich zu einem gezeugt jetzt. Da, ein Huhn. Ein Huhn! So wahr? Mhm. Ich hab dein Motorrad gefunden. Nee. Cool. Kannst du das aufheben, ne? Nee, nee. Ist verriegelt. Ich kann da mal hin. Ich warte hier. Ja, Sekunde, hier ist ein Huhn. Mal stehen. Mist, ich krieg das wieder fassen. Bist denn du? Mist, wo bin ich denn jetzt? Wieso seh ich dich nicht? Ich seh dich nicht. Da hinten bist du. Alles klar. Komisch, jetzt zeichne mir auch mal ein Motorrad an. Hinter dem Händler. Jetzt zeichne mir auch mal ein Motorrad an. Ja. Ja, genau. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt zeichne mir das an. Ah, vielen Dank, du. Vielen Dank, du. Ich soll jetzt hier aufhören. Das geht's. Tschüss. Das geht's. Tschüss. Tschüss. вониkgarant. Wirklich. Ich cooked's natürlichen Siem K akademisch. Nachdem Siem Körpersenzen. Tschüss. Ich kenne mich. Ich kenne die Körpersenzen. Ich kenne mich, wenn ich mich. Da ist es. Hier ist es. Das gibt es ja gar nicht. Dann schleichen wir mal weiter. Mein Moped gefunden, nie dreh am Rad. Es ist alles wieder da. Ja. Das ist auch nix. Dann wüsste du, wo sich die vier hier verstecken, ne? Ja, mir wird eins angezeigt, aber ich sehe es kann nicht. Das hatte ich gerade mit dem Huhn auch. Da musst du echt, musst du sehen, dass du in die richtige Richtung läufst. Sobald das nicht wegläuft und dann aus dem Radar rausläuft, dann wird das zwar nur angezeigt, dass du das gesehen hast, aber... Ne? Die Sounds doch, die gehen. Die Sounds müssen gehen. Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Ja, muss man, ab und zu mal. Es kann sein, dass man gerade die Mainz nicht gehört hat, weil ich gerade auf dem Motor gesessen habe. Vielleicht im Winter war das zu laut. Mach's ein. Angezeigt. Nichts, so. Okay, nochmal weiter. Auf der Straße, was läuft. Okay, da muss ich mal nachgucken. Da muss ich mal checken, was da los ist. Ah, ein Hirsch. Ich hab ein Hirsch am Armada. Das ist das Viech. Da ist es. Ich hab einen Hirsch. Was war das da? Yes. Ja. Ich hab einen Hirsch abgeschnitten. Was ist das? Bleib liegen, was ist meins? Da wirst du mir mal einen Rähklauen hier. Ja. 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 Das kann aber nicht wahr sein. Okay. Okay. Erwiesen ein Reh, zwei Fett, na gut. Ich werde auch nicht abgespielt, ich muss aber mal schauen, was da los ist. Was meine Pistole? Halt, Schlange, nun, bleib mal stehen. Ach du, Heile, bin dann. Ist auch weg. Du nervst, ich hab' ich gar nicht gesehen, hängst du auf mir drauf oder was ist los? Wer? Wie ein Spider. Mhm. Gar nicht gesehen, dass er da war. Auf die Sache hier. Kannst du ja noch zwei, dass jemand sich weiter hier hinauf. Teste mal. Was macht ein Spider hier in freier Wildbahn sowas? Sowas gibt's ja gar nicht. Was ist denn das da hinten? Das ist der Hof. Halt! Oh, ein Hirsch und wieder einer. Da hinten. Nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren, nicht verlieren. Wie liegt es? Da liegt es. Jawohl, ja. Noch ein Reh. Ach, genial. Was ist das? Wo ist ein Tierchen? Und ein Karnickel. Meine Güte, was ist hier los? Woher schlägen ich den kleinen Schlung, komm her. Wo ist Hasi? Wo ist Hasi? Wo ist Hasi? Da. Da ist er. Gebt mir noch ein Tier, das wäre ganz cool. Heute noch ein mehr. Ja. Was haben wir denn hier? Huhn oder Schlange? Hm. Ein bisschen was kriegen wir zusammen. Ich finde auch. So, das Huhn ist schon mal durch. Ja. Was? Wo? 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 Wo ist er hier? Who? Da ist so eine Schlange. Egal, ne? Haben ist haben. Such essen. Ey, mein Essen rennt weg. Mein Wunweg. Wo ist noch ein Vieh? Da oben. Der ist noch ein Berg geboren, da kommt man hier nicht rauf. So, guck mal. Da haben wir doch noch eins. Wo jetzt? Oh, jetzt hab ich nicht in den Knien. Na, na, na. Na, na. Guten Morgen. Mal ausgeschlagen. So ungefähr. Wo ist das Tierchen denn? Komisch, hier liegen überall Tote rum. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so. Nehmen wir auch mit. So. Wo ist denn zu Hause? Da hinten ist zu Hause. Gehen wir mal Richtung nach Hause. Ja, ich glaube, großartig was finden tun wir jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht. Der Sniper gemerkt, das mag ich einfach. Das ist, also, das machen wir es bis. Da läuft es die ganze Zeit. Oh, die Schlange ist noch wieder da. Und die ist irgendwie auf dem Berg, da komme ich nicht so wenig raufkrabbeln. Ja, ich weiß gar nicht so wenig raufkrabbeln. Nichts? Das ist irgendwie sovagabel. Ich habe eine der höchsten Flächen. Ich weiß gar nicht. das kann sein dass du gerade so aus dem radius raus bist also müssen in den inneren jahr schwierig zu sagen ist der hin oder was Wo können wir noch mal? Noch mal? Keine Dörrung. So, einfach mal hier hin, lang. So, zeig mal, nächstes. Gucken wir mal hier. Was ist denn da? Wo ist denn jetzt Hasi? Nö. Mal in Richtung nach Hause. Was hab ich jetzt hier? Vier Fett, immerhin. 120 Fleisch. Naja. Ja. Guter wie nichts, oder? Na, stimmt auch wieder. Wo hab ich das Pauwmannet? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. So. Aua! Schon wieder! So, da sieht doch noch was aus. 12.000 und 2.000, okay. Dicht und verregelt. Sieht gut aus. Siehst aber. Gut, das wird es. Gut, das wird es. Gut, das wird es. Gut, das wird es.